Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Sandra. Heute mit dem Thema Nahrungsergänzung beim Magen-OP. Also ganz häufig wird an mich die Frage gestellt, was an Nahrungsergänzung bei Magen-OPs verwendet werden müssen, beziehungsweise was dort eingenommen werden muss. Magen-OP bedeutet ja, dass man einen Schlauchmagen, Magen-Bypass, ein Omega-Loop, ein Sadi oder nach Revision von Magen-OPs, also eine neue Reduzierung von geweitetem Magen ist eine sogenannte Revision. Das heißt, bei diesen klassischen Magen-OPs ist es immer wichtig, Nahrungsergänzungen einzunehmen. Der Hintergrund ist, wir haben kleinere Portionen, die wir essen können. Daher wird natürlich weniger Nahrung aufgenommen. Und in diesem Falle natürlich auch weniger Nahrungsergänzungen. Entschuldigung, nicht Nahrungsergänzungen, sondern Nährstoffe. So, und in diesem Zusammenhang ist es so, dass die Kliniken, da könnt ihr ja jeweils in eure Entlassungsberichte mal schauen, dort sollten eigentlich persönliche Empfehlungen für euch drinstehen, was ihr an Nahrungsergänzungen auf jeden Fall nehmen sollt. Und da ich weiß, dass es ganz häufig nicht der Fall ist und auch einige nicht aufgeklärt werden, gebe ich euch jetzt ein paar Tipps. Also, ganz wichtig ist das sogenannte Calciumcitrat. Nicht irgendein Calcium, was ich so schlucken kann, sondern es sollte Calciumcitrat sein, weil das Calciumcitrat für den operierten Magen besser aufgenommen wird. Bei einem Schlauchwagen zum Beispiel sind es mindestens 1000 Milligramm Calciumcitrat pro Tag. Bei einem Bypass 1500 Milligramm pro Tag. Und bei einem Omega-Loop oder Sadi können auch die Empfehlungen bis 2000 Milligramm pro Tag Calciumcitrat gegeben werden. Das heißt, wie gesagt, hier auf die Empfehlung der Ärzte bzw. im Entlassungsbericht gucken, da sollte eigentlich das eine oder andere dazu drinstehen. Wenn das nicht drinsteht, könnt ihr immer das Adipositas-Zentrum, die Ärzte oder auch Fachkoordinatoren nochmal nachfragen in eurem individuellen Einzelfall. Also, was brauchen wir noch? Calciumcitrat habe ich jetzt schon bereits erzählt. Das gibt es, das Calciumcitrat als Tabletten, als Kautabletten. Es gibt es als sogenannte Soft Shoes, also wie so etwas weichere Kaubonbons. Und es gibt Calciumcitrat im Handel auch als Pulver. Es gibt eine Firma, die das auch zum Auflösen hat. Das heißt, da muss man einfach so ein bisschen gucken, was ihr gerne verwenden möchtet und was, ja, für euch nachher in der Verträglichkeit ist. Häufig muss man das nach OP einfach ausprobieren, um tatsächlich zu schauen, ja, was geht. Zusätzlich zu diesem Calciumcitrat braucht ihr immer mindestens ein Multipräparat bei Schlauch, Magen und Bypass. Wenn es Omega Loop oder Sadi ist, dann kann die Menge auch auf zwei pro Tag erhöht sein. Das heißt, ein sogenanntes Multipräparat. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass jemand einen Vitamin-D-Mangel hat. Das heißt, ihr müsstet dann zwischen 1000 Vitamin D pro Tag als auch 20.000 Einheiten pro Tag, Entschuldigung, 1000 pro Tag. Es gibt auch manchmal 2000 pro Tag oder 20.000 in der Woche nutzen. Da würde ich jetzt bitte auf den Arzt zurückgehen, der euch die Definition für den Vitamin-D-Mangel gegeben hat. Die dürfen dann auch festlegen, was sozusagen an Menge genommen wird. Die 20.000 Einheiten pro Woche ist für viele natürlich eine gute Möglichkeit, den Vitamin-D-Haushalt sozusagen nur einmal in der Woche zu ergänzen mit einer höheren Dosierung. Es gibt aber auch Patienten, die eine Tausende pro Tag nehmen oder wenn Omega Loop und Sadi da ist, dann kann auch der Bedarf höher sein oder insgesamt, weil der Vitamin-D-Mangel da ist, eventuell auch ein höherer Bedarf mit 2000. Also hier bitte einmal Rückmeldung mit den Ärzten oder eurem Adipositas-Zentrum. Dann gibt es die Möglichkeit, dass über den Zeitraum Vitamin-B-Mangel entsteht. Beim Vitamin-B-Mangel ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man in den Multipräparaten Vitamin-B drin hat. Meistens reicht es aber nicht unbedingt aus. Und Vitamin-B wird im Schwerpunkt über die Kohlenhydrate aufgenommen, da die Kohlenhydrate nach OP eher geringer verwendet werden sollen oder häufig auch Beschwerden machen, ist es ganz sinnvoll, eher in die Eiweißpräparate zu gehen. Und daher kann immer ein Vitamin-B-Mangel entstehen. Vitamin-B wird sonst bei einem Mangel auch sehr häufig über die Hausärzte gespritzt, da die Verträglichkeit und die Aufnahme des Vitamin-Bs dann häufig besser ist. Warum kommt es zum Vitamin-B-Mangel? Weil der Magen einen sogenannten Intrinsing-Faktor hat, der dazu führt, dass dort das Vitamin-B überhaupt hergestellt wird. Und da wir einen reduzierten oder ja auch nur einen Teil-Magen haben, wie beim Bypass zum Beispiel, einen sogenannten Push-Jahr, also eine kleine Menge Magen, die übrig bleibt, ist eben oft der Vitamin-B-Anteil tatsächlich eben auch als Mangel da und muss sozusagen separat zugeführt werden. Es gibt immer wieder Patienten, die Krämpfe bekommen. Das heißt, hier ist auch ein Magnesium-Mangel da. Das heißt, dann muss das Magnesium auch noch zusätzlich eingenommen werden. Es gibt auch immer die Empfehlung, Multipräparate nicht mit dem Kalzium zusammenzunehmen. Die Multipräparate sind häufig mit Eisen kombiniert und daher sollen sie nicht mit einem anderen Mineralstoff wie dem Kalzium zusammengenommen werden. Das heißt, man kann das Kalzium morgens und abends nehmen und zum Beispiel mittags das Multipräparat oder das Multi am Abend und tagsüber das Kalzium. So ist das ein bisschen getrennt. Einige Patienten haben beim Multipräparat mit Eisen Schwierigkeiten. Das liegt daran, dass das Eisen im Magen aufgeht und einigen schlecht wird. Hier gibt es die Möglichkeit, das Multi mit Eisen zur Mahlzeit zu nehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Multi mit Eisen vom Schlafengehen zu nehmen. Einige haben dann Glück, dass sie die Reaktion auf das Eisen dann verschlafen. Wenn das alles nicht funktioniert, gebe ich immer den Tipp, Multipräparat ohne Eisen zu nehmen und dann gibt es über die Apotheke ein Eisenpräparat, was direkt über den Dünndarm aufgenommen wird. Duodenal, also Fero steht für Eisen, Eisen duodenal. Da könnt ihr einfach über die Apotheken oder auch im Online-Handel Apotheken einfach schauen. Dann kann man sozusagen auf diese Eisenpräparate zurückgreifen. Das hat den großen Vorteil, dass diese erst im Dünndarm aufgehen und nicht im Magen und daher eine gute Alternative für viele sind. Viele Eisenpräparate aus dem Handel sind häufig über den Magen in der Verstoffwechslung und vielen davon wird tatsächlich schlecht. Daher könnt ihr das Eisen, was duodenal, also über den Dünndarm erst, ich sage mal, geöffnet und aufgenommen wird, ist das eine gute Alternative. Also Kalziumcitrat, Multipräparat, gegebenenfalls Vitamin D, manchmal Magnesium. Bei den Frauen ist häufiger der Eisenmangel dadurch, dass durch die Regelblutung ja auch immer wieder Eisen verloren wird, kann es eben auch zu einem Eisenmangel kommen. Das heißt, auch bei den Laborwerten ist es immer sinnvoll, die Vitamin B und Vitamin D, Eisen und auch das Kalzium kontrollieren zu lassen. Ja, ich hoffe, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommen habt. Ich hoffe, dass ich heute relativ gut zu verstehen bin. Ich bin ein bisschen erkältet. Daher war hier auch so ein kleiner Moment Pause. Ja, das ist ja irgendwie aktuell so. Ansonsten hoffe ich aber, dass es euch gut geht. Sorry für meine Versprecher, bin wir doch noch nicht ganz so fit. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen was zum Thema Nahrungsergänzung mitgenommen habt. Schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal oder bei Insta oder bei Twitter sind wir ja unterwegs, als auch bei TikTok. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Liebe Grüße, eure Sandra. Bis dann. Tschüssi.